ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ollo, ich tropp die ganze Zeit die Lava runter Ich tropp die ganze Zeit die Lava runter Und tropp die Lava runter Du musst dann 2 2 2 Du kannst doch einfach Half-Slaps nehmen Also eine Schicht Half-Slaps reicht Half-Slaps reicht ja schon Au 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 Wohle in deinem Kanonenraum ja Also wo diese Kanonen steht mit den Feuerbällen da Soll die Beleuchtung da extra Angeschlossen sein Nö, das ist einfach nur Held Also inzwischen hat sie rückgängig eine Beleuchtung Ich mein jetzt halt Soll die an den normalen An die normale Schaltung angeschlossen sein Oder soll das jetzt ein extra Lichtschalter haben Ich kann halt auch so machen Im Raum Ich kann auch so machen dass im Raum Ein Schalter ist der da Der das macht Nein das sind 3 Es reicht Warte 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 Auf Ich weiß dass ich hier auch ein Blitz noch nehmen kann Ich weiß dass ich hier auch ein Blitz noch nehmen kann Oli wie er bei mir hinten im Zimmer sitzt Und wir über TS verbunden sind Verbunden Wir sind Magical 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 Und wir Und wir sind halt Und wir sind halt Haben unsere Mikro Mikrofon haben die gemutet Also halt so dass wir Ich meine unser Headset Dass wir uns nur noch im real life führen Ja Ja Ist Kein Of Magic Magics Magics Ist Oli Das war ein bisschen zu viel Schlapp Ach Er ist Ok Oh hier ist noch genug Platz nö! nö! ist wohl schlöck mal! schlöck mal! ja Schlöck mal schlöck auf was oder? wer! auf die auf die halbe wow Die Kuh... Oh, oh. Ach, echt. Ach, ey. Ach, echt. Nee. Oder kannst du dich schon mal in die Stellen aufschreiben, ob ich was rauspiepsen muss, damit ich mir nicht immer das ganze Video angucken muss? Piep! 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 Ich muss die ganze Augen... Piep! So, alles so. Piep! Äh, wir haben die Würmer gefragt, dann so. Und Olivier... Piep! Piep! Ja, das war so wie Max damals. Was denn? Ja, das war ja immer, wenn du uns rausgepiept bist. Scheiße, ey. Das will man gar nicht hören, ne? Das ist älter... Wir fangen... Klar. Oh, gar nicht wahr. Oh, das war... Voll gemein. Ja, den kennt ihr wahrscheinlich noch aus einem unserer ersten Videos. S13. Echt? Ja. Äh, okay. Was ist ein Lappen ey? Das ist schon noch 13. Äh! Äh. Äh! 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 Hä? Häh! dann muss aber ganz schön hoch weil ich ihn aufklettern ohr ohr ich kann ja fliehen Waddaaaan oh schön Waddaaaan ich muss schütteln einfach Hashtag Escape machen das hilft immer Hashtag Escape Escape oh man ich krieg's nicht auf der Reihe dein Leben ja mach den Schall hier so hier so JUP ich bin mal kurz was machst du ach so Swag Attack so dann werde ich jetzt den T-Flip-Floppe Flippity-Floppity das brauch ich noch und daaaan so am besten dann so hier ja das sollte gehen das sollte gehen boah ohne gehen wir aus dem Weg so das ist schon viel besser schon viel besser ach ne aber jetzt muss ich aber hier noch irgendwie mh man eh gar nicht wahr okay olle olle ich muss dich mal kurz killen weil du im Weg standest ja hmm warum Weil du weg standest Mein Lappen ey Mein Lappen Gar nicht wahr Gar nicht wahr Ohle guck mal ob das das stört hier Komm mal kurz bitte Komm mal kurz Bitte mein Ohle ich will fragen ob dich das stört Stört Verstörend Aber hier ist glaube ich zu 7 Ohle mein Gott Ey sei nicht gleich eingeschnappt Du 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 Wieso geht denn die nicht an alter Die 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 Wo ist die Depp-Bo-Wies Ach ich bin ja auch Hier kann man doch kein Wetzern benutzen Bei daher die andere Ohle komm mal bitte kurz her So also hier Hier auch nicht Verdammt Hashtag Hashtag ey Ja gehen wir wieder raus Raus Jäger So also hier ist jetzt der Knopf Ja aber Direkt daneben ist die Lampe und die Lampe geht zuerst an und Jetzt wieder aus Ist das schlimm? Jetzt Gut Gut Dann ist das hier auch erledigt Und hier nenne ich mal Schein Schein Innen Ne diese Schuss Diese Kanone hier Die Kanone ist doch Kanone ist gut Hört sich total Kanone 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 Oh ne warte mal das muss n einer nachnamen Der ist Der ist super Hier mein Inventar clear und er viel zu viel Scheiße wie der im Inventar So Oh hier sind Bricks Ah Ah hier ist aber ne Schaltung Bist du hierherkommen Ja herkommen Das muss ich machen Weil so ein Arsch Ne ich weiß nicht also ich würde jetzt erstmal einen Weg in die zweite Etage bauen Hier hier kann man eine Treppe hinbauen Und nach unten weißt du Ah ne ich bau dir das Nein Ich hab grad schon an Ach sch- ne glas Okay Ich nehm mal schwarzes glas Schwarzes glas Lol Das ist unsichtbar Achso das hat keine Textur Im Text hat ja gar stunden Gar nicht wahr Gar nicht wahr Was ist denn hier Was ist denn hier Was ist denn hier Fisch Oh ne Oh ne Hey Gle Das ist normal Geil Ich brauch hier grade was Nichts maschen Die rot Ding Wolle hier Wolle Rot Die rot Gefärbt Rot Gefärbt Gefärbt Loll Ich meine Ja jo Läuft 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 Sagt der Bauer Übrigens ich hab erst vor kurzem verstanden warum diese Also du hast dich auch schon gefragt warum ähm Hier dieses äh gefärbt dieser gefärbte Clay ja warum der jetzt ich meine äh warte wo ist denn der Stained Clay Warum jetzt zum Beispiel ähm wie ich sag mal äh blauer Clay so wie Lile aussieht oder so halt nicht so die wirkliche Farbe Farbe Ja Und zwar Es ist nur äh Äh Getönt sozusagen Und es ist nicht gefärbt sondern nur getönt das heißt diese originale bräunliche Farbe wird mit der blauen Farbe dann vermöchentlich so riefen Deswegen ist das so Verstehst du das Reni? Ja Oh ja Das Das So wollte ich das Und das Art Das Art In das In das Arsch In das Arsch 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 Was Dass er schreibt sich echt COMolo Schreibt nix orle Wie ihr schreibt sich irgendwas H-H-H-Ù Arsch Urla Das muss dir jetzt kommen alter Das muss dir jetzt kommen Das war wieder So klar Ul, wie findest du denn das hier, komm mal her Komm mal rüber, ihr Nüsse Was? Schon wieder, ey Du bist im Arsch Warte mal, ich brauch hier noch ne Idee Alter Alter Hinter Das ganze Hier kann man ein schönes Bild hin machen Wo denn? Ach ne, warte, das ist Zeit Das muss, dann wenn, dann Muss das Muss, alter, und jetzt kommt hier ein Painting vor Was Was?